Ah, willkommen, willkommen, Abenteurer! Das Drachenlabyrinth ist ein Ort, an dem eure Fantasie Realität wird. Hier erlebt ihr eine Geschichte voll Zauberei, Geheimnissen und magischer Kreaturen. Und ihr seid die Hauptfigur in dieser Geschichte. Mein Name ist Sairin. Ich werde euch erzählen, was euch an eurem Abenteuer erwartet. Und so geht es los. Kauft euch die ersten Buchseiten der Geschichte. Was in dem Buch passiert, ist real. Zieht los und erkundet die Welt von Septaven. Zu jeder Buchseite bekommt ihr eine Frage. Die Antwort findet ihr in der Burg, wo die Geschichte spielt. Wenn ihr neugierig seid, kann ich euch auch schon ein wenig über die Geschichte verraten.